Wir starten mit dem Entenriett, was wir dann angerichtet haben. Oben drauf ist die Rapssaat. An der Seite haben wir dann die Umami-Wachtel. Hier haben wir die Zwetschgen, hier haben wir einmal unsere Kichererbsen-Miso, dann haben wir die Lupinenkresse, dann haben wir die Kiona und die Apfelblüten, dann ist die Brühe aus den Kartoffelschalen, wir nennen es Schalenstoff.